1 Target, dead ahead. Follow my need. Fuck. Was ein Eselchen. Wollte... Mann. Ich wollte eigentlich professionell spielen, aber... Es muss eben sein. Ja, es war nicht so geplant. Ich wollte nicht anfangen. Ich hab den... Ja, etwas anders vorgestellt. Also wenn ich den Schott nehmen würde, dann gehe ich auf den Rainbow. Apropos Rainbow. Ich werde mal Rainbow spielen. Ah, ich glaube ich werde nach der ersten Rainbow spielen. Einfach mal Fancy. Also ich bin mir auch anders vorgestellt. Nicht in der wilden Ballerei. Am Anfang. Ähm, also... Ja, schon. Manche sind aber nicht in der wilden Ballerei zu warten. Ja. Also... Ich wollte noch sagen... Es kommt zum neuen Part. Ja. 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 Habe ich nicht, aber... Ich kann nicht rollen. Ich sterbe. Gegen Bots. Ich habe das schon gesagt. Ja. Ich bin jetzt mal in die Waffe. Ja. Ich bin darum. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall vor. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Okay, das kann nicht mehr sein. Die Rebellen müssen uns bereits weitergehen. Wir sollten auch. Wir sind bei Plattform 4. Ist da ein Shuttle da? Nein, die TIE-Fighter sind. Even besser. Wir sollten aufhören. Wir wissen, wie viele Rebellen sind hier. Wir werden mit ihnen mit dem, wie die anderen. Heute werden wir die Brüste weg. Die TIE-Fighter sind weg. Wir können uns später sterben. Jetzt müssen wir gehen. Auf dich, Commander. Wir müssen auf Plattform 4 erreichen und sichern die TIE-Fighter. Das ist unsere einzige Weg zurück, Korvus. Ach, Scheiße. Ähm, ja. Man könnte, wenn sie mir eine Playstation haben, die Ausnahme. Zumindest jetzt nicht. War es so, wo ich, ähm... den Shr-Shit-Water nicht zum Beispiel war. Habe ich tatsächlich nichts gehört? Im Hintergrund? Ja. Ich weiß nicht, was es sein soll. Gerade ist die Leite. Ja. Ähm... Ja. Ein bisschen raus. Hm. Normalerweise eine andere Waffe. Wenn ich reinkomme, habe ich mir diese... Waffe gebraucht. Ich habe die... 45. Oder so. Wie ist das? Ja. 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 Also die Feuerwehr ist auch noch nicht gekommen. Ja. Es ist aber schon ein bisschen dauern. Das war ja noch nicht. Also die Einfluss in die Schumel. Wo sind sie nicht? Oh mein Gott. Ja. Da war ich nicht so. Das war ich nicht so. Das war ja. Oh mein Gott. Ja. 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 das ist auch eine anwerbung einstein ja Ja, wie ist das halt? Oh, das ist wirklich ein Hammerster. Bin ich. Zum Glück ich hab nicht dieses Evoque-Modus. Oh, da hast du Pipi in den Augen bekommen. Wo wollen wir dann? Immer diese professionellen Leute. Oh, verschluckt er. Inferno-Squad? The Empire is evacuating Endor. Push back these rebels. Also, ich dachte... ja. Ah. Wie will man hier versuchen zu erst spielen, wenn man hier durchgeht abgetreift hier? Heckmash. Woher kommst du denn? Okay, darf ich jetzt reden? Ja. Was ist das für eine Scheiße? Ja, okay. Ihnen geht's nicht mehr. Ach so. Ich glaube, ich weiß, warum er gestorben ist. Ihn haben die Eier gejuckt. Und dann... ja. Das ist jetzt mit seiner Einfluss bitte. Ihn haben die Eier gejuckt. Weil die so hart gejuckt haben. Und er konnte die halt nicht kratzen. Ist er drauf gegangen. Weil er nicht kratzen konnte. Und... ja. Er konnte es auch nicht. Und deswegen gibt er einfach da los. Was war das? Ach so. Ähm. Das ist das denn. Ach so. Ja. Jetzt musst du gut. Ja. Mir würde es auch nicht so gut gehen, wenn so ein Scheiß Ding auch nicht getrampelt ist. Oh, langsam. Hast du... Was ein Luxus. Er hat Arschgeschütze. Ja, ich habe immer mal ein Lafe Indien. Ich möchte auch noch Spaß haben vom Film. Äh vom Film. Verlaufe ich vom Film. Äh vom Film. Äh vom Film. Ähm. Ja. Ihn hat es anscheinend... Seinen Bauch... Erwischt. Aber bei ihm ist eindeutig... Ich... Er hat die selben Symptome gehabt. Er hat die selben Symptome gehabt. Ihn haben die Eier rioft. Und davon ist er gestorben. Er liegt da einfach. Gechillt. Ich bin einfach so gechillt liegen. Ich muss gerade, dass man da nicht reingehen kann. Ich bin richtig geil, wenn man da reingehen könnte. Oh Gott. Wie so ein kleines Ding. Und da fassen so viele... Oh. So viele Leute da rein. Er nimmt was ein Blumen. Oh, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Raumschirp, oder? Irgendwelche Raumschirp. Was ist das bitte? Also ich befürchte, das ist keine... Äh, wie heißt das? Supersternzerstörer oder Exekuse. Das ist es wahrscheinlich nicht. Ist das ein Mon Calavari? Das könnte möglich sein. Hm. X-Wing Pilot. Ja. Ja. Und ich bin einfach... Hey, wieso brenne ich am Flügel? Sieht für mich wie ein Mon Calavari? Ist das einfach ein Schiff? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Der er hat das mitgenommen. Also wie ist denn der hier abgestößt, Ritzel? Erklär es mal. Er ist... Er liegt hier... Das macht gar keinen Sinn. Wie kann er so liegen und hier... Alles ist noch... Prima. Ist ja wahrscheinlich von... Von die Mühe gefallen. Einfach so... Peng. Runter. Sie hat ja dann... Diesen Baum erwischt. Und das Ding. Kann man doch... Ich möchte die Welt mir ein bisschen anschauen. Ich zung zuerst. Okay, böse, ne? Ja, ich weiß nicht, was es hier kann. Habe ich gerade alle, die da waren, mit einem fucking Heap gezogen einfach? Nein. Ich bin so realistisch. Habe ich gedacht. Das ist realistisch, ja. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gedacht... Ich bin so realistisch. Ich bin so realistisch. Ich bin so realistisch. Ja. Ich habe nichts gesagt gerade. Ähm. Ja. Das ist ein... ...Tai Baum. Wir sehen hier. Neue Technologie. Ein Tai Baum. Seine Stärken sind... Ähm. Es ist ein Taibaum der Bäume kuschelt gerne wie Bäume. Deswegen hat er den Namen Taibaum. So, kein Sinn. Weil ich eigentlich ein Bullshit für Konten... Wieso? Wieso Miko? Ich kann seinen Scheiß-Namen nicht aussprechen. Ich will nicht. Wir nehmen die Plattform zurück und evakuieren diesen Mond. Und dann werden wir eine Rebellion machen. Guck mal, wie heißt denn das? Verschwemm? Verschwemm? Eie, meine Aussprache ist im Arsch. Es ist 20 Uhr. Das hier ist ein Teil... Bodenkuschler. Bodenkuschler-Baum. Es ist ein ganz neues Exemplar. Er kuschelt gleichzeitig mit dem Boden und mit Bäumen. Ganz normal. Warum sind sie so richtig weiß? Guck mal, wir sind richtig weiß. Guck, diesen Scheiß-Face. Oh. Wir sind so richtig weiß. Wie siehst du aus? Hast du dich gerade bewegt? Der ist richtig spart. Ein bisschen rassistisch. Ich weiß nicht. Du kennt man es. Auf jeden Spiel. Oh Gott, das ist ein Panzer. Attacke. Faketen oder sowas. Genau. Ich hau ab. Das ist ein Panzer. Oh, brä. Das macht du halt. Ja, ich kann gleich spielen. Teil? Ich krieg's zum kurzem. Da kann ich räumen. Hm. Ach so. Ach so. Ich bin der Schmutz. Ich bin der Schmutz. Und er hat keinen Kopf mehr. Hier lebt wohl jemand. Lass, bin ich. Ähm... Nehmen wir auch mal zurück. Labern? Ich möchte mehr zum Detail gehen. Ähm... Darüber reden wir nicht. Ähm, ja. Hä? Es ist ein Hack gewesen. Äh, weg. Ähm... Guck mal, wie gechillt hier rumlaufen. Wir haben gesehen... Wir haben gesehen, dass unsere... Raumstation... Äh, ja, die Raumstation ist weg. Darum hier gechillt. Genau, ja genau, wie kann er hier durchlaufen, man. Äh, äh, äh... Es ist... Krieg statt von Scham? Das ist jetzt nicht... Der Scham ist jetzt nicht... Der Scham ist jetzt nicht... Wenn ich mal rufen... Ja... Es ist ein total Scham, würde ich mal sagen. Oder? Also, wir sehen hier ein... AT-ST... Ich hab keine Ahnung... Ich guck... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab keine Ahnung, wie das genau ist. Es ist ein... AT-ST, sag ich mal... Ganz vorsichtig. Ja... Er hat seine Beine gebrochen... Und eine... Beine ist ja im Boden... Genau... Und... Und er hat Kopfschmerzen. Ich bin jetzt schon... Das Video geht... Absolut lang. Weil ich alles im Detail... Weil ich... Für eine Scheiße labern möchte. Humor muss da sein. Kann ich damit schießen? Was ist das? Oh, warum hab ich denn... Ich hab vorher benutzt? Was ist ein Esel für mich? Und jetzt kommen wir alle drei raus, oder? Wie? 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 Ich erinnere mich hier noch. Wie? Wie ist das klar? Wie? Ey, guck mal, da unten weiß... Ey, ist da unten noch... Kopfschmerzen-ATS-T? Ja... Ey, ist so geil hier... So gut... Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Push forward! Pass, take the first slide. Get the corpus ready for retreat. Yes, come on. Disable now! Don't do that! Hm? Sorry about that! Agent Miko, that's your Tidefighter! I'll come and do it until you escape! No, leave now! I'm first dead last out! Wie kann das denn, dass man eigentlich kaputte... so'n kaputten Todesständnis mehr sehen kann? Wo bist du, du dreckiger Buster? Ich bin Spezial-Einer, ich komm hier nicht hoch. Ich bin Spezial-Einer, ich tippe mich. Mein Aim ist miserabel. Woher kommst du denn? Woher kommst du denn? Ich hab' ich was gefunden, was ich noch nicht gefunden mag? Ich will nichts sagen, aber das ist ein total Schaum, würde ich mal sagen. Das sieht für mich ein total Schaum aus. Warum kann ich mit so'n Ding nicht fliegen? Doch, ja, halt! Alter, guck mal, wie viel kaputte ich hier drinnen? Ich weiß nicht! Aber ich habe immer als Video-Einer gesehen, dass ich jetzt fliege. Also fliege ich jetzt mal. Und verzögern. Soll ich das nicht. Ich bin dann überschwunden. Und das konnte ich eben nicht in der Luft klären. Wie kann das sein? Ich weiß. Ich glaube, das ist alles, was fehlt. Ich war noch am Trinken. Nein. Ich war mit dem Arsch. Das ist doch ein Scheppe. Ich weiß, was ich mit dem Arsch komacht. Ich würde mir erst mal schnappen! ich wollte es mir doch angucken wenn sowas wie die wappern, das ist nicht so gut, das heißt dich umsehen kann richtig oh, diese umsehen könnte ey, das ist nicht geil was ist das? was ist das? Es ist immer ein riesiger Kumpel, es scheint es mir sehr wenig, äh, ja, sehr wenig Teiler. Es ist nicht so, dass sie entdeckten oder entdeckten. Was ist der Admiral Star Destroyer? Der Eviscerator ist nahe der Korvus. Sie sehen, dass es voll funktionierend ist. At least Hask ist nicht allein auf der Korvus. Wir können es eigentlich nicht aus dem Leben machen. Ich habe es heiß heute abgeballert. Ah, sie ist einfach so nirgendwo. Fliegen hier Menschen rum? Oh, was eine Gewusel! Ich habe auch, ich kriege Kopfschmerzen wenn ich Warfare schiebe. Was ist das? Ich bin fast tot. Ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo ich da bin. Ich möchte nicht sterben. Das ist nicht so, dass ich den Körpers entdeckte. Was ist das für eine Scheißmission, ich mag diese Raummissionen, ich mag generell keine Raummissionen, ich mag generell keine Raummissionen. Was ist das für ein Größenverhältnis? Wer ist das denn geschafft? Ich kann es nicht sagen, dass es sich in 3 gefällt, weil es verpiliert wird. Wie kann so ein grobes Schiff, so ein kleines Schiff nicht fitzen? Ich kann es nicht sagen. Sie wollen mich sehen, Herr? Approach. Der König ist tot. So, was passiert jetzt? Wir retallieren, Commander. Der König wird die Grundsache der Rebels auf sich selbst verletzen. Sag mir, Aiden. Was ist der Grund für ihre Verletz? Hope? Correct. Das Messenger ist eine große Ehre. Eine, die ich mit meiner Frau verletze. Admiral Versio. Operation Cinder ist zu beginnen, auf einmal. Resistance. Rebellion. Defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. He shall belaid you to your target. Operation Cinder is the last command of our Emperor. And the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are our next assignments. They are unusual. But these are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. Do what you do best. In preparation for Operation Cinder, we've been ordered to the Fondor shipyards. Agent Hask, you and I will retrieve experimental satellites for the Star Destroyer Dauntless and oversee security for Moth Wraith. Agent Miko, you have the corpus. Come on. We secure the satellites. Good work, Agent. Moth Wraith has informed the Admiral that Operation Cinder could proceed as planned. Attention! Attention! Rebel ships have engine form those space. All units report your backwards stations immediately. What's the plan, Commander? Keep this Star Destroyer safe. The Rebels can't learn about Operation Cinder. The Rebels can't learn about Operation Cinder. Move to intercept that enemy Corvette. Hey, my name is John. I'll end this video. It's been a bit longer. See you next time.